Sarah Knappig schüttet ihr Mamaherz aus. Während viele Promis ihre Instagram-Accounts für Eigenpromotion nutzen, entscheidet sich Sarah Knappig, 34, regelmäßig für emotionale Seelenstriptease gegenüber ihren Social-Media-Fans. Seit ihr Töchterchen Mali das Licht der Welt erblickt hat, kommt das immer öfter vor. So auch nun. Die Neumama postet ein Händchenfoto ihrer Tochter und grübelt über das Leben und die Welt. Sie möchte ihrem Baby die Welt erklären und kommt dabei zu einer schockierenden Einsicht und einem gefühlvollen Versprechen. Liebeserklärung an die kleine Mali. Eine globale Pandemie, der unaufhaltsame Klimawandel und jeden Tag eine neue Schreckensmeldung aus Kriegsgebieten oder Entwicklungsländern. Missstände, die Paare oft mit der Frage konfrontieren, ob sie überhaupt Kinder in die Welt setzen möchten. Auch Reality-TV-Star Sarah Knappig setzt sich mit diesen Themen auseinander und hat sich bewusst dafür entschieden. Doch leicht fallen tut es ihr trotzdem nicht, ihrer Tochter die Schattenseite unserer heutigen Gesellschaft zu erklären. Wir sind eine komische Welt, aber vielleicht machst du sie zu einem besseren Ort. Du bist mein Plan und meine Hoffnung, schreibt die 34-Jährige in ihrem aktuellen Instagram-Post und schildert wie hin- und hergerissen sie ist. Ich würde dich so gerne der Welt zeigen. Aber ich muss dich beschützen vor dem Hass und den lüsternen Augen im Netz. Morgens wenn ich die Augen aufmache, lachst du mich an. Ach Baby Mali, du bist voller Liebe, siehst nur das Gute und vertraust. Die frisch gebackene Mama spricht von Ungerechtigkeit, Bedrohung, Oberflächlichkeit und Zwang und zwischen all dem über ihren geliebten Schatz, für den es sich lohnt zu kämpfen. Denn ihren emotionalen Mama-Tochter-Beitrag schließt die ehemalige Dschungel-Camp-Ärin mit einem Versprechen ab. Einem Versprechen, das aus den Tiefen ihres Herzens kommt. Ach Baby Mali, ich werde deine heile Welt beschützen wie eine Löwin, damit du immer lachst. Ich werde da sein, wenn du irgendwann erwachst und erkennst, dass diese Welt weint und du dann beginnst für das Lachen dieser Welt zu kämpfen. Deine Mama, eine Löwenmama wie sie im Buche steht. Das berührt auch die Fans und Follower des TV-Stars. Wenn das Mutterherz spricht, kommen so unglaublich tolle Worte zum Vorschein. Hast du wirklich super schön geschrieben? Da können wir nur zustimmen. Like me im Famous mit Sarah Knappig auf TVNOW streamen. Vor ihrer Schwangerschaft war Sarah Knappig 2020 noch bei Like me im Famous zu sehen. Auf TVNOW können Sie sich alle Folgen anschauen.